Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für die tausendste Folge. Sind wir schon tausend Jahre alt, Achim? Tausend Tage? Tausend Jahre, ich dachte auch schon. Was ist denn da schon wieder los? Tausend Tage. Haben wir nicht auch mal an einem Tag eine doppelt gehabt? Kann es auch sein? Oder vertue ich mich da? Da vertust du dich nicht, da ich ja irgendwie so spontan mal irgendwann, ich glaube das war in diesem Jahr, 2021, beschlossen habe, dass ich mal so eine Sonderfolge mache. Ich glaube, das war im letzten Jahr, das war das Google Stadia, was gekommen ist, spontan in die Schweiz. Und da hatte ich eine erste doppelte Folge und das hat sich dann beim Apple-Event zum Beispiel auch wiederholt. Ja, guck an, Sachen gibt es. So ein Projekt entwickelt sich und das ist ja auch generell passiert, wenn ich bedenke, wir haben begonnen im Jahre 2016. Das heisst, wir sind, wie sagt man dem so schön, im fünften Jahr mit diesem Format. Ja, da vertue ich mich halt immer, wenn man sagt, man ist im so und so fielten Jahr. Da denke ich mal, ist man ein Denkfehler oder nicht? Naja, egal, aber wir sind schon ein paar Jahre dabei. Genau, die, die angeben möchten, die sagen, wir sind schon im so und so fielten Jahr oder sowas in dem Stil. Genau. 2016 haben wir begonnen, damals noch zu dritt mit dem Jan. Genau, da haben wir uns im Drei-Wochen-Rhythmus immer abgewechselt. Genau und haben uns quasi committed, weil wir halt vielfach in der News-Folge so viele kurze Themen drin hatten und das ging mir ein bisschen auf den Sack. Ich glaube, bei dir und beim Jan war das ähnlich. Ja, ich meine, manchmal ist das Thema ja auch eigentlich nur die Überschrift und das ist das eigentlich schon. Und das ist vielleicht interessant zu wissen, aber mehr Gehalt hat es halt nicht. Genau und über gewisse Dinge können wir uns dann auslassen, weil du irgendwelche Expertisen hast in Richtung LinkedIn und weiss ich was alles oder auch sonstige Geschichten. Und dann kann man ein bisschen was darüber sprechen, aber wenn es dann wirklich nur noch der Titel vorlesen, das hat mich tierisch genervt. Und deshalb sind wir dann da auf die Idee des Dailies gekommen und eben Dezember, das genaue Datum habe ich jetzt nicht beraten, aber Dezember 2016 haben wir gestartet. Und der Jan hat uns dann nach einem Jahr verlassen. Genau und das erste Commitment war ja, wir ziehen das mal ein Jahr durch. Das war unser generelles Commitment, stimmt, müssen wir noch so anfangen. Und nach dem Jahr, also während des Jahres hat uns ja der Jan schon gesagt, dass er dann auf das Ende vom Jahr aufhören wird. Genau und dann haben wir beide ja nochmal gesprochen, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir halt auch mal ein Jahr. Genau, wir hängen nochmals ein Jahr dran und dann haben wir uns dann, glaube ich, schon im Halbjahresrhythmus quasi intern getroffen und gesprochen. Echt? Ich hätte immer gedacht, wir hätten immer noch ein Jahr gesagt. War das ein Jahr? Ich dachte, also ich weiss, zweimal haben wir gesagt bis zum nächsten Sommer und dann müsste es fast ein halbes Jahr gewesen sein. Okay. Also dreiviertel Jahr, Jahr so in dem Spiel. Ich habe es mir nicht notiert. Ich eben auch nicht, aber ich dachte es so im Kopf gehabt zu haben, aber das wissen wir ja, das ist nicht immer so ganz zuverlässig, dieses Gehirn, was da noch sich Dinge speichert. Auf jeden Fall haben wir dann vor einem Weilchen, und das war, glaube ich, Anfang des letzten Jahres, gesagt, wir machen die Tausend voll. Genau, das war ja dann als das Absehbar zumindest nochmal ein Ziel, weil es eine schöne, runde Zahl ist. Genau, und dann hat es langsam begonnen zu bröckeln, dann hatten wir Ausfälle. Ich war gesundheitlich immer wieder mal abkömmlich und bei dir hat einfach die Arbeit zugeschlagen wie blöd. Genau, aber das ist ja schon so gefühlt seit zwei Jahren so gewesen. Es wurde nur halt bei mir halt dann entsprechend immer schlimmer, dass ich halt jetzt, also nicht, das ist jetzt kein Jermann, also muss mich auch keiner bedauern. Das ist ja meine eigene Entscheidung und alles gut, dass ich halt meine sechs, sieben Tage Woche hatte, mit zwölf bis vierzehn Stunden teilweise. Und wenn ich abends nach Hause komme, habe ich keinen Nerv mehr, was aufzunehmen, also da ist der Kopf auch durch. Abgesehen davon, dass ich dann, um runterzukommen, noch was essen gehe, was trinken gehe und dann ab ins Bett. Genau, du schließt ja deinen Abend vorher schon ab, bevor du nach Hause kommst, jeweils, wie man in den Insta-Stories sieht. Genau, und morgens ist es dann halt aufstehen und sofort wieder Vollgas geben und deswegen ist ja dann teilweise, also wenn sie nicht komplett ausgefallen ist, weil es nicht ging, ist sie ja teilweise erst um 10, 11 Uhr gekommen, weil ich dann mal eben kurz einen Zeitslot gefunden hatte, wo ich sie dann aufnehmen konnte. Wobei aufnehmen ja noch nicht mal die grösste Herausforderung ist. Das hast du ja super automatisiert mit der Produktion, wie wir das hinbekommen. Aber man muss ja trotzdem die Themen dafür recherchieren. Und das heißt, auch jetzt gerade in den letzten Monaten war das Themenrecherchieren sehr schwierig, weil wir auch wahrscheinlich auch durch Corona bedingt oft halt auch wenig Themen hatten. Genau, das mit dem Thema war so ein Ding, das sich sehr stark auch bei uns im Mutterformat, also im Newsformat niedrigeschlagen hat, wo wir wirklich teilweise auch in der ganzen Woche nicht mehr wirklich was Gehaltvolles zusammenbekommen haben. Und da kann man sich vorstellen, wie das dann im Täglichen ist. Genau, und wir haben eigentlich nie drüber gesprochen, aber es hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert. Wir machen es ja durchaus ein bisschen anders, die Daily. Du nimmst ja auch durchaus Gadgets und sowas rein, wo ich im Prinzip gesagt habe, habe ich keine Lust zu irgendwie das x-te Gadget oder wo ziehe ich dann die Linie, was ist ein Gadget wert, da reinzukommen oder nicht. Und habe mich ja mehr auf Dienste und Services und Ankündigungen und vielleicht mal die grossen Geräte halt, wenn halt neue Samsungs, neue Apples auf den Markt kamen, die noch mit reingenommen. Aber ja, es ist, wie es ist, ne? Möchtest du schon darauf? Ey, wir machen noch ein paar Zahlen. Wie gesagt, begonnen 2016. Der Jan hat 97 Folgen produziert. Bei dir sind es 367. Und wir müssen, jetzt müsste ich schnell Kopf rechnen können, wie viele Folgen kommen noch, bis wir voll sind? 92, 8, also 527 plus 8 gibt, 535 sind es bei mir. Mein Gott, Kopf rechnen. 5500, das, was ich vorher gesagt habe, eine durchschnittliche Folge hat 3,6 Megabyte Gewicht, was im Totalen heisst 9,5 Gigabyte an Daten, die der Daily aufgeworfen hat. Das ist auch interessant, was so im fünften Jahr Podcasts so zusammenkommt. Durchschnittlich übrigens 6,42 pro Folge. Und für all diejenigen, die alles gehört haben, von Anfang bis zum Schluss, die haben insgesamt 4,6 Tage ihres Lebens damit verbraucht. Ach, die armen Menschen. Ja, das hat man aber auch im letzten Jahr gemerkt durch Corona. Viele Leute sind nicht mehr gependelt und da sind ihre Workflows durcheinander geflogen. Wir haben das eben auch vom Arbeiten und so weiter her bemerkt und haben dann nicht mehr am Morgen ganz früh die Folge gehört. Und es hat sich zwar wieder eingependelt nach so zwei, drei Monaten, aber am Anfang hat man es an den Zahlen angesehen, dass das zurückgegangen ist. Das war interessant zu sehen. Was auch ganz spannend ist, wir haben ein x-faches an Menschen, die uns als News-Link-Sammlung missbraucht haben, um das jetzt böse zu sagen. Die sind gar nicht die Podcast-Folge hören gekommen, die sind auf die jeweiligen Artikel und haben dann einfach die News gelesen, die wir da verlinkt haben. Kann auch ein Service sein. Genau. Es ist ganz spannend, wie Leute sowas nutzen. Und ja, eben, Achim, fertig. Ja, wie sagt man so schön, man saß schon an der Wand geschrieben, keine Ahnung, es gibt ja irgendwelche Sprüche, die immer, wenn man sie braucht, fallen sie einem nicht ein. Nicht direkt ein, genau. Genau, genau. Also es wurde ja nicht einfacher, im Gegenteil. Und ich sehe auch nicht für dieses Jahr, dass sich das bei mir irgendwie ändert. Also in Anführungsstrichen, wie gesagt, kein Geheimnis, alles gut. Ich bekomme, jetzt täglich ist es übertrieben, aber ich komme in der Woche ein, zwei Anfragen wieder für neue Projekte, Schulungen, Trainings an, rein. Und ich sehe einfach nicht, dass ich die Möglichkeit habe, das vernünftig zu machen. Und es ist auch witzlos, wenn ich dann die Woche habe und dann fallen zweimal aus und dann sage ich, Martin, ich schaffe es diese Woche nicht. Dann springst du rein, machst eine Folge. Da wird ja keiner glücklich mit und der Zuhörer auch nicht. Und am Ende des Tages muss man halt sagen, das ist ja auch ein, in Anführungsstrichen, wirklich ein fast 100% reines Hobbyprojekt. Da kommt ja kein Geld mit rein mit dem Daily und auch kein Sponsoring. Und selbst wenn Sponsoring kommen würde, das wäre ja alles überschaubar. Und das kann ich mir dann, in Anführungsstrichen, irgendwo auch nicht mehr persönlich rechtfertigen. Vor dem internen CFO. Genau, die Zeit dafür abzuknapsen. Am Tag morgens, weil abends, wie gesagt, halte ich es für total unmöglich für mich. Morgens, wenn ich eigentlich Geld verdienen will, muss, das dann eben entsprechend zu machen. Von daher dachte ich mir, ja gut, dann bin ich mit der tausenden Folge raus. Zumindest habe ich so lange durchgehalten. Bisschen stolz bin ich drauf. Nicht so toll auf die letzten Monate. Das tat mir dann auch leid. Wenn sich auch jemand auf eine Folge befreut, dann kommt keiner. Oder wenn du einspringen musstest. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, es ist, wie es ist. Und ja. Ja, genau. Traurig, aber irgendwann muss man einen Strich durch die Rechnung. Genau. Jetzt kommen die Sprüche, die nicht kommen. Einen Strich drunter setzen und dann auch mal einen Schlussstrich machen, was das anbelangt. Ich habe ja die Information, dass du in Zukunft nach der tausender Folge nicht mehr weiter dabei bist, schon ein Weilchen gehabt und mir sicherlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Mein Ziel war es immer intern, nicht nur die tausend, sondern die tausend einhundert und elf, also viermal die eins voll zu bekommen. Und somit habe ich mir auch gesagt, ich werde von Montag bis Freitag jeweils eine Daily-Folge raushauen. Da jetzt aber, Klammer auf, immer unter Berücksichtigung. Meine Gesundheit, fleissige Hörer des Geek-Talk-Formates, auch hier vom Daily-Wissen, dass das halt ein grosses Auf und Ab ist. Es kann mal sein, dass da was ausfällt. Es kann aber auch von der Familie her sein. Aktuell, die neue Firma-Gründung nimmt ziemlich viel Zeit. Dazu kommt aber auch, dass wir wahrscheinlich umziehen werden müssen, dürfen, können, sollen, wie auch immer. Und das wird in den nächsten Monaten passieren. Und somit ist da viele Zeitfresser unterwegs. Deshalb mein Statement. Ich mache die 1111 voll. In wie schneller Zeit, dass ich das schaffen werde, kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen möchte, da ich immer wieder mal gefragt wurde, ist heute die Daily ausgefallen oder spinnt mein Podcatcher wieder? Hat sie im RSS-Feed ein Problem? Schaut bitte in Richtung Twitter, Geek-Talk-Daily. Link dazu ist in den Shownotes. Und da kommuniziere ich jeweils, sobald ich sehe, dass eine Folge ausfallen wird. Ich werde es dann teilweise so machen, dass wenn vielleicht ein Mittwoch ausfällt, ich eventuell an einem Samstag eine Folge mache, sofern sich das ausgeht, mit den ganzen Themen, die reingekommen sind. Oder dann halt einfach in der kommenden Woche wieder ganz normal weitermachen. Also somit, es würde mich sehr freuen, wenn auch ihr, liebe Hörer, weiterhin dranbleiben würdet und auch die Hörerinnen und das tägliche Format anhört. Und auch gut würde das Ganze tun, wenn ihr uns, ich sage immer noch wir, einen Stern auf, oder mehrere Sterne auf den Plattformen eurer Wahl, wo ihr Podcasts hört, hinterlasst. Vielleicht auch einen Bewertungskommentar oder auch sonst, wie ihr es zahlreich auch tut. Mails schreibt auf Twitter, auf Insta, überall halt Feedback zu den ganzen Folgen. Und unter auch Themenwünsche oder interessante Tipps weiterleitet. Da würde ich mich extrem darüber freuen, auch weiterhin davon mit euch in Austausch zu bleiben. Aber ja, wer weiss, vielleicht, Achim, wenn wir wieder mal an die IFA dürfen oder, was haben wir noch, MWC oder sonst sowas, könnte es sein, dass wir vielleicht wieder mal zusammen auch eine Daily aufzeichnen? Ja, also das würde mich nicht wundern. Und also auch gerade bei so einem Event, bei einer Messe, dann macht das ja, finde ich, auch durchaus Sinn, um einfach mal auch alles abzufrüstücken, was da so passiert. Und da passiert ja mal relativ viel. Und das ist dann eine schöne Möglichkeit, um das Projekt zumindest meinerseits und vielleicht ja dann auch deinerseits wieder zu beleben. Genau. Also in diesem Sinne, wer mag, darf gerne weiterhören. Und wer denn Achim weiterhin hören mag, kann das zum einen natürlich bei seinen Videos tun und seinen LinkedIn-Learnings. Und soviel ich weiss, gibt es ja noch einen anderen Podcast, wo man dich hören kann. Genau. Beim großen Geek-Talk-News-Podcast bin ich natürlich weiterhin an Bord und versuche da, mir mal die Zeit freizuschaufeln. Und freue mich da, weiter mit dir und auch mit dem Mike sprechen zu können. Und in eine Folgeaufnahme gehen wir jetzt auch gleich und würde ich sagen, bedanke ich mich viel, viel, vielmals bei dir, lieber Achim, dass wir die Tausend vollbekommen haben. Ja, ich bedanke mich auch bei dir für die Möglichkeit und für das Durchhalten über die Jahre und für die Flexibilität. Und ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Ab und zu haben sich auch ein paar gemeldet. Das war dann auch immer sehr schön, halt eine Rückmeldung zu bekommen. Und ja, man hört sich wieder. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis bald. Dankeschön, Achim. Ciao. Und tschüss, HörerInnen. Hört mehr Geek-Talk.